Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Igeleis. Heute möchten wir euch einen praktischen PC vorstellen, den ihr wirklich überall hin mitnehmen könnt. Und das in eurer Jackentasche. Es handelt sich um den VivoStick PC TS10 aus dem Hause Asus. Ein herzlicher Dank gilt hier an Asus für die freundliche Teststellung. So schaut die Verpackung aus. Oben finden wir einen VivoStick PC Schriftzug. In der Mitte haben wir ein erstes Produktbild des PCs selbst. Auf der Seite sehen wir eine kurze Produktbeschreibung und ein paar Symbole zu den wichtigsten Features. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang haben wir den VivoStick PC selbst. Dieser befindet sich noch sicher unter einer Schutzfolie verpackt. Des Weiteren haben wir noch folgende weitere Dinge im Lieferumfang. Eine Garantiekarte. Ein Quick Start Guide. Eine Halterung, mit der ihr diesen Stick am Monitor befestigen könnt. Ein HDMI-Verlängerungskabel. Ein Netzteil. Und das Stromkabel. So schaut der TS10-Stick aus der Nähe aus. Die Schutzfolie solltet ihr auf jeden Fall vor dem Inbetriebnehmen entfernen. Hinter dieser Schutzkappe befindet sich der HDMI-Anschluss, um diesen PC anschließen zu können. Auf der Unterseite sowie auf der Rückseite befinden sich Kühlschlitze, damit der Mini-PC nicht warm läuft. Zusätzlich befindet sich ein kleiner Lüfter im Inneren, der je nach Bedarf seine Drehzahl anpasst. Wir haben eine Klinkenbuchse, einen USB 2.0-Anschluss und einen USB 3.0-Anschluss fest im Gerät installiert. Hinten finden wir den Power-Button, welcher, wenn wir den Stick am Monitor befestigen, nach oben zeigt und somit leicht zu erreichen ist. Ihr könnt diesen Windows 10 Mini-PC ganz normal mit einer Maus und Tastatur bedienen. Oder ihr nutzt dafür die praktische Vivo Remote App. Diese App erlaubt es euch, euer Smartphone oder Tablet als Maus-Tastatur-Ersatz zu nutzen. Erstaunlicherweise funktioniert das sogar sehr gut und macht eine Maus-Tastatur-Kombi je nach Einsatzzweck sogar überflüssig. Für einen Preis von ca. 160 Euro bekommt ihr hier einen Mini-PC im Hosentaschen-Format, der einfach mit einem Fernseher oder Monitor mittels HDMI verbunden wird. Alle Office-Aufgaben erledigt dieser Mini-PC flüssig und ohne Probleme. Selbst Full-HD-Videomaterial lässt sich flüssig wiedergeben. Selbst Overwatch läuft auf 1280x720 Pixeln auf niedrigen Einstellungen mit rund 30 Bildern pro Sekunde. Dies zeigt sehr gut, dass dieser PC für seine Größe eine hervorragende Leistung liefert. Zwar ist der PC in erster Linie nicht zum Spielen gedacht, jedoch sind grafisch nicht ganz so fordernde Titel absolut kein Problem. Zusammengefasst ist der Mini-PC-Stick ein praktisches Gadget für Leute, die auch am Fernseher Windows nutzen oder unterwegs jederzeit ein Windows-PC zu handhaben möchten. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Asus für die freundliche Teststellung bedanken. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Den Link zur Firmum-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis-Team. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis-Team.